Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 14. Januar mit Zoe Tassowali. Schön, dass ihr auch heute wieder zuhört. Ein halbes Jahr nach dem Jahrhunderthochwasser bei uns in Essen gibt es langsam wieder etwas Normalität. Einige Flutopfer wohnen mittlerweile wieder in ihren eigenen Wohnungen und auch in einer überfluteten Autowerkstatt in Kupferdreh wird wieder gearbeitet. Radio-Essen-Stadtreporter Kostas Mitzalis war in Kupferdreh unterwegs. Einige Flutopfer wohnen noch bei Verwandten, andere sind schon wieder in ihre Wohnungen zurück. Familie Leuckel aus Kupferdreh zum Beispiel konnte am 2. Weihnachtstag zurück ins eigene Haus ziehen. Die Werkstatt von Kfz-Meister Olaf Görke an der Dallbachbrücke war komplett abgesoffen. Er hat ganz schnell neue Maschinen und Werkzeug besorgt und wieder aufgemacht. Aber Gott sei Dank läuft wieder und wir sind glücklich, dass wir wieder arbeiten können. Neben der Werkstatt steht ein Bürocontainer, bis das alte Büro auch renoviert ist. Im letzten halben Jahr sind außerdem Dutzende Helfer-Shuttle regelmäßig von Rüttenscheid ins Ahrtal gefahren und haben dort den Flutopfern geholfen. Denn das Ahrtal wurde massiv zerstört. Aus ganz Deutschland haben sich freiwillige Helfer zusammengetan und packen vor Ort mit an. Aus Essen sind etwa 20 Helfer dabei. Sie haben zum Beispiel Türen und Fenster eingebaut oder Putz von den Wänden geschlagen. Matthias Kall aus Rüttenscheid war bei fast jeder Tour dabei. Also es muss gar nicht immer die handwerkliche Hilfe sein, sondern es hat den Leuten auch sehr geholfen, dass Leute da runterkamen und mit ihnen gesprochen haben, dass Leute da weihnachtlich dekoriert haben, die ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben oder mal ein farbiges Blümchen verteilt haben, auch im Herbst noch. Jetzt machen die Helfer bis März Winterpause. Danach fahren sie wieder zu den Flutopfern ins Ahrtal. Mal mit einem echten Astronauten telefonieren. Für die 4C der Hinsbeck-Schule in Kupferdreh ist dieser Wunsch heute in Erfüllung gegangen. Der Astronaut Matthias Maurer hat heute die Fragen der Kinder beantwortet. Sie waren live mit Maurer verbunden, der aktuell auf der internationalen Raumstation ISS ist. Die Kinder wollten wissen, wie gefährlich es im All ist. Maurer nutzte die Chance, um an die Menschen zu appellieren, Weltraumschrott zu vermeiden. Wir müssen jetzt anfangen, Müll zu vermeiden, genauso wie auf der Erde. Wir können nicht einfach Müll auf die Straße werfen oder in den Wald werfen oder auch nicht ins Wasser kippen, weil irgendwann merken wir, dass dann zu viel Müll da ist und dass das unser Leben dann auch beeinträchtigt. Einen Ausschnitt aus dem Gespräch findet ihr auch auf radioessen.de. Die Essener Polizei sucht immer noch nach einem entflohenen Häftling. Der 25-Jährige ist gestern Nachmittag aus dem Hüssenstift in Hothrop geflohen. Jetzt ist auch klar, wie. Er ist auf die Toilette gegangen und von dort verschwunden. Laut Medienberichten ist er aus dem Fenster geklettert. Der Mann sitzt eigentlich im Gefängnis in Rüttenscheid in Untersuchungshaft. Es geht dabei um Betrug. Er ist dann mit einem Kieferbruch ins Krankenhaus gekommen. Dort wurde er zwar offenbar bewacht, konnte aber trotzdem fliehen. Die Corona-Inzidenz liegt bei uns in Essen heute zum ersten Mal über 500. Genauer bei 520, sagt das Robert-Koch-Institut. Auf der Inzidenzkarte des RKI leuchtet Essen damit auch zum ersten Mal pink. Überraschend ist das nicht. Wegen der Omikron-Variante steigen die Zahlen aktuell überall sehr stark. Der Chefvirologe von der Uniklinik in Holsterhausen sagt, dass die nächsten Monate sehr herausfordernd werden. Für danach macht er aber Hoffnung, Corona wird bald vergleichbar mit der Grippe, meint er. Am Hauptbahnhof bei uns in Essen ist ein Dieb mit mehr als 30 Kilo Metall im Rucksack geschnappt worden. Der Mann hat das Metall wohl bei der Arbeit geklaut. Er wollte es an einen Schrotthändler weiterverkaufen. Zusätzlich haben Polizisten bei ihm auch noch Drogen gefunden. Er hatte welche in seiner Bauchtasche und auch an seinem Ausweis waren Spuren von Drogen. Gegen den Mann wird jetzt weiter ermittelt. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht sind nur wenige Wolken am Himmel. Es kühlt ab, bleibt aber noch über 0 Grad. Es wird außerdem auch heute Nacht wieder neblig und frostig auf den Straßen. Also Vorsicht. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt es bei Radio Essen auch morgen wieder zu hören. Dann aber ab halb acht. Euch jetzt allen einen guten Start ins Wochenende. Bis Montag. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.